Ich versuche mich mal hier oben drauf zu stellen, vielleicht nicht da keine Agro, dann geht er die Tür auf, wenn alle drei Fackern an sind. Mhm. Wie schaut's? Wir gut. Also wir könnten. Ich auch noch. Im Endeffekt da wo zwei sind, ist ja auch scheißegal ob die Mobs tot sind, im Endeffekt kommt's nur auf einen Arne an, wenn der seine tot hat. Ja. Dann müssen wir sofort klicken. Jetzt könnten wir 3, 2, 1, jetzt. Leider nur 2. Doch passt. Da sieht gut aus. Ja. Passt. Wipe Bunch. So. Jetzt müssen wir hier komplett durch. Ich. Ich lauf einfach. Ja.